Hans möchte gerne mehr über das Attribut erfahren. Er fragt sich, ob das Attribut eigentlich auch ein Satzglied ist. Alles, was du über das Attribut wissen solltest, erfährst du in diesem Video. Um gleich Hans seine Frage zu beantworten, das Attribut stellt kein selbstständiges Satzglied dar, sondern ist ein Satzglied Teil. Es lässt sich außerdem im Satz nur mit dem dazugehörigen Satzglied umstellen und wird nicht mithilfe des Prädikates erfragt. Attribute können entweder links vor dem Nomen stehen, dann sind es Linksattribute, oder rechts hinter dem Nomen stehen, dann sind es Rechtsattribute. Doch wie fragt man denn eigentlich nach dem Attribut? Die Fragestellung nach den Attributen lautet, was für ein, eine, einer. Welche verschiedenen Formen von Attributen gibt es denn? Erstens, Adjektive. Ich habe dir einen schönen Rock gekauft. Man fragt hier also, was für einen Rock habe ich gekauft? Man bekommt als Antwort, einen schönen neuen. Zweitens, Adverbien. In das Haus dort werde ich einziehen. Die Frage, in was für ein Haus werde ich einziehen? Die Antwort, dort. Drittens, Genitivattribut. Die Obstbäume des Gartens werden geschnitten. Was für ein Obstbaum wird geschnitten? Die des Gartens. Viertens, präpositionales Attribut. Hier gibt es Schreibblöcke mit Rand. Wir fragen wieder, was für ein Schreibblock? Einen mit Rand. Fünftens, Attributsätze. Die Hand, die ich mir verstaucht hatte, tat immer noch weh. Was für eine Hand, tat immer noch weh? Antwort, die ich mir verstaucht hatte. Sechstens, Infinitiv mit zu. Die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, war mir gegeben. Wir fragen, was für eine Möglichkeit war mir gegeben und bekommen als Antwort, selber zu entscheiden. Und siebtens, Apposition. Felix, der Schülersprecher der Klasse, redet mit uns. Wir fragen, was für ein Felix redet mit uns? Und wir bekommen als Antwort, der Schülersprecher der Klasse. Jetzt weiß Hans, was er unter Attributen versteht, weiß, welche Formen es gibt und weiß, dass ein Attribut kein Satzglied ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.